Der Seemann ist Christus, die Saat ist das Wort Gottes. Dort, wo es hinfällt, das ist das Herz. Gott möchte das Wort Gottes in fruchtbare Herzen sehen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Heute ist eines der spannendsten Evangelium zum Thema Wort Gottes. Dieser Text ist so vom Hören her eigentlich sehr kompliziert und schwer zu verstehen. Aber wenn man ihn genauer anschaut und diesen Text vertieft, wie es Jesus hier meint, dann beginnt dieser Text in uns Verständnis hervorzubringen. Wir beginnen mit dem Satz, immer wenn ein Mensch das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und nimmt von ihm alles weg, was in sein Herz gesät wurde. Das ist der Kernsatz dieses Evangeliums. Immer. Die erste Frage, die wir uns hier natürlich stellen, ist, wo ist denn dieser Seemann, der diese Saat aussät, ausstreut? Wo sät dieser Seemann und wer ist dieser Seemann? Nein. Dieser Seemann ist Christus. Dieser Seemann ist Gott. Und er sieht Wort Gottes aus. Er spricht. Er möchte in uns etwas bewirken. Er möchte in uns etwas anregen, hineinlegen. Jesus Gott. Aber wo streut er dieses Saatgut aus, diese Körner? Im Gottesdienst. Im Gebet. Im Lesen des Wortes Gottes. Die Begegnung dieses Seemanns braucht es. Und wir sind hier gefordert und eingeladen, immer wieder dorthin zu gehen, wo dieses Wort Gottes ausgestreut wird, damit es in uns überhaupt kommen kann. Wenn wir eben lange fern sind vom Platz, wo dieses Wort Gottes ausgestreut wird, dann kann nichts in uns hineinfallen. Denn dieses Wort Gottes ist unglaublich wirksam. Unglaublich fruchtbar. Denn es hat alles bewirkt. Es hat bewirkt, dass die Welt entstanden ist. Es hat bewirkt, dass du und ich existieren. Es bewirkt, dass du und ich zu essen haben, zu trinken haben. Es bewirkt, dass du gesund bist. Es bewirkt, dass du denken kannst. Es bewirkt alles. Alles, was wir irgendwie angreifen und haben, bewirkt dieses Wort Gottes. Aber, wie es in diesem wichtigen Kernsatz beschrieben wird, es gibt das Böse. Dieses Böse möchte das Gute zerstören. Wir wissen es, wenn wir die Medien einschalten, den Radio, den Fernseher, die Zeitungen, dann sehen wir im Endeffekt zu 90, 95 Prozent die Wirksamkeit des Bösen. Von der Lüge angefangen, von den Skandalen bis zu den Verbrechen, alles, was schief geht, wird da erklärt und präsentiert und verkauft. Das Böse. Wir wollen aber uns wehren dagegen. Uns ist das Gute ein Anliegen. Und deswegen wollen wir Gottes Wort. Wir müssen nun dorthin gehen, wo dieses Saatgut, dieses Wort Gottes ausgestreut wird. Und dann gibt es eben unterschiedliche Böden, beschreibt Jesus. Diese Böden sind dein und sind mein Herz. Es gibt den Boden, der beschrieben wird von Jesus als Weg. Es gibt den Boden, der beschrieben wird von Jesus als steiniger Boden, felsiger Boden. Es gibt den Boden, der überwuchert, verwachsen ist mit Dornen. Und es gibt den Boden, der Humus hat. Gutes, erdreich, feines, vorbereitetes Herz. Unsere Herzen sind unterschiedlich. Wir können aber hier einen Beitrag leisten. Es ist nichts fixiert, dass du Weg bist, steiniger Boden, verwachsener mit Dornen. Nein. Jesus möchte hier aufmerksam machen, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen. Lassen wir es in uns hereinkommen. Wie bewahren wir es? Wie behüten wir es? Wie begegnen wir diesem Wort Gottes? Dieses Wort Gottes kann in uns tausendmal eingestreut werden. In den verschiedensten Gottesdiensten. In den verschiedensten Begegnungen mit dem Wort Gottes. Und beim tausendsten Mal kann es Frucht bringen. Und dann hat es erreicht, was es soll. Es geht Gott nicht um 100%. Das ist manchmal unser Denken. Jesus ist froh, wenn es 60-fach, wenn es 30-fach bringt. Sicher auch 20- und 10-fach. Aber das wäre nicht das Ziel Gottes. Deswegen sagt Gott oder Jesus, er hätte gern. Er hätte gern, dass das Wort Gottes in dir 30-fach Frucht bringt. Oder, wenn du dafür bestimmt bist, 60-fach. Oder 100-fach. Also 100% das, was Gott in dich hineingelegt hat. Was Gott durch dich bewirken möchte. Hätte er gerne, dass es 100-fach wirkt. Wirkmächtig wird. Aber die Gefahr, dass der Böse kommt. Und der Böse kommt. Und ich habe jetzt den Text der alten Übersetzung im Kopf. Und deswegen gelingt es mir nicht ganz so gut in diesem Text. Aber im alten Text heißt es, wenn das Wort Gottes gesät ist, kommt immer der Böse. Und hier gilt es eben dann, dieses Wort Gottes zu schützen. Hier heißt es, dass dieses Wort Gottes vom Bösen aus dem Herzen genommen wird. Weggenommen wird. Es ist auf den Weg gefallen. Es hat keine Chance. Der zweite Boden, das ist der Boden, der felsig ist. Er hat schon etwas Humus. Er hat schon ein wenig Möglichkeit, wo dieses Korn beginnt zu wachsen. Aber dann geht die Sonne auf. Und dieses Saatgut verdorrt, vertrocknet. Und das ist die Situation des Menschen, manchmal von dir und mir, wo wir abgelenkt sind. Wo wir auf Dinge schauen, die uns bedrängen. Wo wir verfolgt werden. Du gehst in die Kirche. Nimmst du das wirklich so radikal? Ist das nicht übertrieben? Oder ist das nicht zu viel? Bedrängnisverfolgung. Verdorrt, zerstört, dieses Wort Gottes in uns. Und das kommt ganz normal jeden Tag auch. Und hier gilt es zu bewahren, zu schützen, dieses Wort Gottes. In meinem Gedanken, in mir zu bewahren, zu behüten. Es mit weiterzutragen. Der dritte Boden ist der mit den Dornen. Verschiedene Pflanzen, verschiedenes wächst in unserem Herzen, in unserem Kopf, in uns. Was uns beschäftigt, was uns wichtig ist, das sind die Dornen und das sind die Sorgen. Es ist der Reichtum und dass wir uns kümmern, was uns wichtig ist. Und das erstickt dieses Wort Gottes, dieses Gut, dieses wertvolle Wort von Gott. Und es wird vergessen, es verschwindet, es ist gestorben. Und der wichtigste Boden, das ist der Boden der Fruchtbarkeit. Wo das Wort Gottes hineinfällt. Wo das Wort Gottes fruchtbar wird. Und hier können wir weiterdenken. Das ist eine Geschichte, wo viele andere Geschichten dann dazu gestellt, gesetzt gehören. Denn dieses Wort Gottes, diese Same, muss in die Erde fallen und dann muss dieses Wort Gottes sterben. Oder das Ich muss sterben, damit es fruchtbar wird. Und das Sterben heißt, ich muss kleiner werden, damit Gott in mir größer werden kann. Das heißt, dieses Sterben des Weizenkorns. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Unser Ich muss hier zurücktreten. Unser Ich muss diesem Wort Gottes Platz geben, damit es fruchtbar werden kann. Damit es anderen Menschen zum Dienst wird. Damit es das Reich aufbauen kann. Es geht ja um das Reich. Und das Reich Gottes ist dort, wo Gott einen Platz gefunden hat. Wo Gott einen Platz in dir und in mir gefunden hat. Zeit gefunden hat. Zeit bekommt. Wo Gott den Platz des Wortes Gottes bekommt. Vielleicht zu Hause, weil die Bibel dort liegt. Wo Gott Raum bekommt. Das ist das Reich. Wo Gott da ist. Gottes Kraft. Gottes Gegenwart. Wir sind heute besonders eingeladen, offen zu sein für das Wort Gottes. Nicht die verschiedenen anderen Böden. Weg, steiniger Boden, bewachsener mit Dornen, verwuchterter Boden, verwuchertes Herz. Nein, wir wollen dieses Wort Gottes in uns aufnehmen. Wir wollen es mit nach Hause nehmen. Wir wollen zu Hause und die nächsten Tage weiter darüber nachdenken. Ein Seemann wurde mir erzählt. Er seht, es ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes soll in mir bleiben. Nicht gestohlen werden, vertrocknen oder erstickt werden. Es soll in mir fruchtbar werden. Es soll Gutes hervorbringen. Gute Worte, gute Taten, Gebet, Interesse an Gott, am Wort Gottes. Das wünsche ich euch allen, dass dieses Wort Gottes mitgenommen wird und fruchtbar wird. Hundertfach und Sechzigfach und Dreißigfach. Amen.